Was wächst denn da? Treue. Treue. Ein Mann liegt seit längerem im Koma, aus dem er ab und zu erwacht. Seine Ehefrau ist treu und unermüdlich Tag und Nacht an seinem Bett. Eines Tages, als er wieder einmal bei Bewusstsein ist, deutet er ihr, näher zu kommen. Sie beugt sich zu ihm hin und lächelt ihn liebevoll an. Er flüstert, in all den schlimmen Zeiten warst du stets an meiner Seite. Als ich entlassen wurde, warst du für mich da. Als dann mein Geschäft pleite ging, hast du mich unterstützt. Als wir das Haus verloren, hieltest du zu mir. Als es dann mit meiner Gesundheit abwärts ging, warst du stets in meiner Nähe. Weißt du was? Ihre Augen füllten sich mit Tränen der Rührung. Was denn, mein Liebling, hauchte sie. Ich glaube, du bringst mir Pech. Tatsächlich glauben heute viele, Treue ist ein Pech, das an mir klebt. Ich verpasse das Beste. Ich binde mich, wo doch die Welt noch so viel anderes zu bieten hat. Ich binde mich an einen Partner, an eine Gemeinde, an einen Fußballverein. Und der Spaß, der liegt doch eigentlich in der Untreue, in der Freiheit, in der Ungebundenheit. Treue, ich glaube, du bringst mir Pech. Tatsächlich denken sogar viele so über den Glauben. Der Glaube bringt mir Pech. Warum sollte ich mich denn an einen Gott binden? Warum sollte ich in einer Gemeinde sein? Warum soll ich mich für die Mitarbeit entscheiden, wo man am Sonntag doch dafür auch noch früher aufstehen muss? Warum auch noch etwas spenden, wo ich doch selbst noch so viele Wünsche offen habe? Warum die Freiheit der Rente einschränken und mich darüber hinaus auch noch ehrenamtlich engagieren? Ich bin davon überzeugt, dass Treue dein Leben glücklicher macht und viel einfacher. Im Blick auf die Treue in Beziehungen schreibt Satoshi Kanazawa in einer Studie, Es ist viel intelligenter, eine stabile Beziehung aufzubauen und sie zu pflegen, als sich von einer Beziehung in die nächste zu stürzen. Die Monogamie geht generell mit großer Zufriedenheit anher. Man bringt kein Opfer, wenn man monogam lebt. Allerdings bedarf sie Anstrengung, wie alles, was großen Wert hat. In Wirklichkeit erfordert die Untreue viel Zeit und eine emotionale Veranlagung zum Konflikt. Schön formuliert. Es ist tatsächlich so, Treue kann anstrengend sein. Doch sie ist es allemal wert. Der Gewinn, der dabei herauskommt, der ist riesig. Treue ist intelligent. Treue schafft Zufriedenheit. Untreue dagegen hinterlässt viel Opfer. Deswegen, willst du dein Leben vereinfachen? Sei treu. Willst du zufriedener werden? Übe Treue ein. Willst du mehr Lebensenergie haben? Dann ersetze deine Verzettelungen in ganz vielen Dingen durch Treue für eine Sache. Treue ist keine Haltung von gestern. Sie ist eine Überzeugung für ein wirklich gutes Morgen. Unser Bibeltext in der Predigtreihe aus Galater 5. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Jesus hat zum Thema Treue einige wegweisende Gedanken formuliert. Und ich möchte aus einem Text, den er gesagt hat, einige Prinzipien ableiten. Was Treue bedeutet. Das erste, klein macht groß. Klein macht groß. Lukas 16, dort sagt Jesus, wer im geringsten treu ist, der ist auch im großen treu. Und wer im geringsten ungerecht ist, der ist auch im großen ungerecht. Treue fängt also ganz klein an. An der kleinen Treue ist abzuleiten, was im großen geschieht. Treue beweist sich nicht in großen Sprüchen, sondern in kleinen Taten. Treue wächst nicht mit der Aufgabe, sondern die Aufgabe wächst mit der Treue. Leute irren sich, wenn sie meinen, dass eine große Aufgabe oder eine große Gabe ihre Treue verstärken würde. Gott vertraue mir 10 Millionen Euro an und ich werde dir beweisen, dass ich damit verantwortlich umgehen kann. Oder Gott vertraue mir die Gabe der Heilung an und ich werde dir beweisen, wie viel Segen ich dann für dich bringen kann. Oder Gott vertraue mir die Gabe des Sprachengebetes an, dann wird meine Beziehung zu dir viel enger werden. Dann kann ich auch eine Stunde in der Stille im Gebet mit dir verbringen. Oder Chef, mach mich zum Abteilungsleiter, dann werde ich auch pünktlich zur Arbeit kommen. Wir meinen, dass das Große uns motiviert und dass das Große unseren Charakter verändert. Wenn du mich heiratest, dann bin ich dir treu. Richtig an dieser Behauptung ist, die Bindung an eine Person ist Treue. Und wenn du dich also ganz an deinen Partner bindest, dann bist du treu. Und das ist eine gute Entscheidung. Falsch an diesem Gedanken ist allerdings, dass die Ehe etwas bewirkt in mir, was ich zuvor nicht haben wollte. Treue beginnt schon weit vor der Ehe. Treue fängt nicht erst mit der Ehe an. Wer vor der Ehe nicht treu war, der hat es auch in der Ehe schwer, treu zu sein. Besser ist es, die partnerschaftliche Treue schon vorher einzuüben. Eine gewisse Zurückhaltung in Freundschaften, das macht dich attraktiv. Sex für den aufheben, mit dem ich dann ein Leben lang zusammen sein will, das macht dich wertvoll. Selbstbefriedigung beherrschen, das macht dich stark. Pornografie nicht anschauen, das macht dich zu einem einzigartigen Liebhaber. Ein Grundprinzip der Treue. Im Kleinen das üben, was dann im Großen gelingen soll. Deine kleine Treue bereitet dein Leben für Großes vor. Das erste Prinzip. Das zweite Prinzip, das Jesus anführt. Es gibt keinen Unterschied zwischen weltlich und zwischen geistlich. Jesus sagt dann weiter in Lukas 16. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon, also mit Besitz und mit Wohlstand, nicht treu seid, wer wird euch das wahre Gut anvertrauen? Wenn ihr mit dem fremden Gut nicht treu seid, wer wird euch geben, was euer ist? Jesus sagt, die eine Treue hängt immer mit der anderen Treue zusammen. Der Umgang mit Geld und mit Besitz hat einen ganz direkten Zusammenhang mit geistlichen Dingen. Treue im Kleinen schafft Vertrauen für das Große. Es hängt zusammen, das Kleine und das Große, das Weltliche und das Geistliche. Du kannst dein Leben nicht aufteilen in Treue und in Untreue, in Verlässlichkeit und in Unverlässlichkeit, in Vertrauen und in Misstrauen. Bei Treue ist es so, die geht immer nur ganz. Treue geht nur ganz. Treue durchzieht alle Lebensbereiche. Wer sein Leben nicht ordnet, der wird auch geistlich nicht stark werden. Deine geistliche Stärke, deine Glaubensstärke ist abhängig von deiner weltlichen Treue. Gott kann aus deinem Leben kaum etwas Bedeutsames machen, wenn du ihm einen Teil deines Lebens einfach zurückhältst und sagst, das steht außen vor. Treue lädt uns ein, das Leben immer als Ganzes zu sehen. Ich bin kein anderer, wenn ich in der Schule bin, auf der Arbeit oder zu Hause. Du bist kein anderer in der Familie. Du bist kein anderer, wenn du im Internet surfst oder Spiele spielst. Du bist kein anderer in der Gemeinde oder im Verein. Treue bedeutet eins sein. Eins sein und nicht trennen. Diesen Gedanken finde ich sehr spannend, weil unsere Zeit Treue anders definiert. Gerade in Beziehungen sprechen wir nicht mehr von einer lebenslangen Treue, sondern von Treue auf Zeit, von Lebensabschnittspartnerschaften. Das ist ganz normal geworden. Treue in einigen Lebensbereichen, in anderen Lebensbereichen da eben nicht. Kann es sein, dass hier ein ganz großes Problem vorliegt für uns und in unserer Gesellschaft? Kann es sein, dass wir durch diese Abspaltung ganz viel an Lebenskraft und auch an Glaubenskraft verlieren? Wir trennen zwischen weltlich und geistlich, zwischen Sex und Liebe, zwischen Gemeinde und Hobby, zwischen Glück und Glaube. Zur Treue gehört Ganzheit, ganz sein. Du mit allem, was du bist und hast. Dein Leben wird stark, wenn es ganz ist. Deswegen hör auf zu trennen, zwischen Zähneputzen und Hausputzen. Ganz. Zwischen der Pflege des Äußeren und der Pflege des Innerens, zwischen der Zeit vor dem Spiegel und der Zeit vor Gott. Wer mit Geld nicht umgehen kann, dem vertraut man auch keine geistliche Verantwortung an, sagt Jesus hier. Wer mit natürlichen Gaben nicht gut umgeht, der geht auch mit geistlichen Gaben nicht gut um. Warum sollte Gott mir geistliche Gaben anvertrauen, wenn ich mit irdischen Gaben schon nicht gut umgehe? Wer nach geistlichen Gaben strebt, der sollte Treue im Kleinen anstreben. Der Missbrauch irdischer Gaben bringt Schuld und noch mehr der Missbrauch geistlicher Gaben. Deswegen sei eins. Denke eins. Und dein Leben wird einen ganz großen Sprung nach vorne machen. Kein Unterschied zwischen weltlich und geistig. Und jetzt das dritte Prinzip. Treue schließt aus. Jesus sagt weiter. Kein Knecht kann zwei Herren dienen. Entweder ihr wird den einen hassen und den anderen lieben oder wird an den einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Ich weiß, heute trifft der Vergleich mit zwei Arbeitgebern nicht mehr ganz zu. Aber damals gab es keine Zweitanstellung. Knecht-Sharing war damals nicht so üblich. Heute wäre es vielleicht so, du kannst nicht beim ZDF arbeiten und bei RTL. Heute ist inzwischen auch vorbei, lässt sich alles verbinden. Wir haben uns an eine gewisse Zerteilung und Aufteilungsmöglichkeit gewöhnt. Wir teilen inzwischen sogar das, was untrennbar zusammengehört und meinen, dass das das Leben fördern könnte. Vielleicht trifft ein einfaches Beispiel aus dem Fußball noch am besten. Du kannst nicht gleichzeitig Bayern-Fan sein und BVB. Schafft das jemand? Treue schließt aus. Treue schließt aus. Tatsächlich. Stellt euch vor, ihr wärt Fan von drei bis vier Fußballvereinen. Was für ein Stress. Vor allem, wenn diese Mannschaften auch noch gegeneinander spielen. Stellt euch vor, ihr hättet vier bis fünf Hobbys. Ihr müsstet ja ein richtig straffes Zeitmanagement haben, um wenigstens ab und zu jedem dieser Hobbys noch nachgehen zu können. Das schaffst du noch nicht einmal, wenn du in Rente bist. Ein Grundprinzip. Treue schließt aus. Du kannst nicht zu mehreren Gemeinden gleichzeitig gehören. Du kannst nicht mehrere Gottesdienste besuchen. Du kannst dich nicht an mehreren Stellen ganz einbringen. Es funktioniert einfach nicht. Treue schließt aus. Mal mehr und mal weniger. Und manchmal tut das auch richtig weh. Ich habe in diesem Jahr keine einzige Motorradtour gemacht. Ich habe mein Fotoapparat in diesem Jahr zweimal in der Hand gehabt. Dafür war ich ein Wochenende Mountainbiken im Pfälzer Wald. Und fast jeden Montagabend treffe ich mich mit den Hibbelbikern und wir fahren zwei Stunden durch die Weinberge. Treue heißt, Prioritäten zu setzen und manches sterben zu lassen. Treue heißt, sich für das Ganzsein zu entscheiden. Wo ich bin, da bin ich ganz. Du kannst dabei nur gewinnen. Weniger ist mehr. Treue ist mehr Leben. Verzettelung ist weniger Leben. Und der vierte Gedanke aus dem, was Jesus sagt, Gott bleibt treu. Wenn du jetzt ein Beispiel suchst für Treue, dann schau auf Gott. Er ist verlässlich. Er steht zu jedem Wort, das er gesagt hat. Zu jedem Wort, was in der Bibel aufgeschrieben ist. Darauf kannst du dich verlassen. Jesus sagt in Lukas 16 weiter, es ist aber leichter, dass Himmel und Erde vergehen, auch dass nur ein Tüpfelchen vom Gesetz, von Gottes Wort, wegfallen würde. Er ist unveränderlich. Er hat keine zwei voneinander getrennten Seiten. Er ist nicht launisch und wechselhaft. Er ist aber auch nicht stur und verbohrt. Er ist treu. Verlässlich. Verlässlich. Er hat sich festgelegt. Er hat sich sogar für dich festgelegt. Er hat sich für dich entschieden. Deswegen ist seine Liebe zu dir immer verlässlich. Seine Vergebung ist beständig. Seine Treue hört nicht auf. Sie bleibt sogar bestehen, wenn ich ihm untreu bin, wenn anderes mir wichtiger wird, wenn ich ihn verleugne, wenn ich ihn vergesse. Seine Treue bleibt bestehen. Und Paulus formuliert es an seinen Mitarbeiter Timotheus. Sind wir untreu, so bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Er ist verlässlich. Und im Blick auf das Volk Israel schreibt Paulus sogar, dass aber einige nicht treu waren, was soll's? Sollte ihre Untreue Gottes Treue aufheben? Das sei ferne, weit weg, völlig ausgeschlossen. Nein, es wird nicht passieren. Gott kann nicht anders als treu zu sein, denn er hat sich dazu entschieden und er ist immer ganz. Seine Treue zeigt er ganz besonders in seinem Sohn Jesus Christus. Der ewige Gott kommt in Raum und Zeit. Er wird Mensch. Er durchlebt alle Menschlichkeit. Allein, um aus Liebe die Menschheit zu erlösen. Er gibt sich hinein in unsere Schuld. Er steht für unsere Untreue ein. Er lässt sich von dem Heiligen Gott für unsere Schuld zur Rechenschaft ziehen und verurteilen. Und seitdem ist die Sünde unwirksam. Und im Glauben an Jesus Christus ist sie vergeben. Gott ist treu. Und deswegen schreibt der Apostel Johannes, wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und er reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Gottes Treue zeigt sich in der Bereitschaft, uns immer, immer neu zu vergeben. Gottes Treue hält einseitig an uns fest. Und das ist jetzt mehr als nur vorbildlich. Das ist tiefenwirksam in uns. Wer an Christus glaubt, der bekommt von Gott den Heiligen Geist und der bewirkt dann in uns die Treue als eine Glaubensfrucht. Treue ist ein Teil von Gott und er gibt es durch seinen Geist in unser Leben hinein. Wow. Wenn wir von Treue reden, reden wir darum von Gott. Und wenn wir Treue haben wollen, dann reden wir von Jesus Christus. Durch ihn wird das Leben neu. Durch ihn haben Tugenden eine Chance in uns so heranzuereifen, dass sie zu einer Frucht des Glaubens werden. Und mein Wunsch für dich ist deswegen nicht nur, dass ich dich zu mehr Treue auffordere. Komm, sei treuer. Mein Wunsch ist zuerst der, dass du an Jesus Christus glaubst und dein Leben ihm ganz hingibst. Dass du es ihm anvertraust oder anvertreust, in treue Hände legst. Und bei ihm wird dein Leben ganz. Bei ihm wird dein Leben ganz. Deswegen lade ich dich ein, ihm dein Vertrauen auszusprechen. Im Gebet ist zu formulieren. Herr Jesus, ich habe so oft nicht nach dir gefragt. Ich habe nach meinen Vorstellungen das Leben gesucht. Danke, dass du trotzdem mir treu bist. Ich vertraue mein Leben dir an. Es gehört dir. Bring es zurecht und lass mich in der Treue wachsen. Und dann sag ein Amen. So ist es. So will ich es. So soll es sein. Das soll gelten. Und Jesus hört dieses Gebet. Und er sagt, toll, dann lass uns jetzt starten. Lass uns diese kleine Pflanze der Treue jetzt einüben. Lass sie uns stärken und groß werden. Und er sagt, ich werde mit dir jetzt einige Dinge üben. Zum Beispiel könnte er sagen, ich übe mit dir jetzt mal, wie man sich bei Terminen festlegt und Entscheidungen trifft. Ja oder nein. Klappt es bei dir? Die einen sagen zu viel ja, die anderen sagen zu viel nein und zu viele sagen weder ja noch nein. Eine Entscheidung abschließend schafft richtig viel Freiheit. Natürlich, es ist eine Einschränkung. Es schafft aber Freiheit, wenn ich mich jetzt festlege, was ich denn an Silvester mache. Ich brauche mich mit ganz vielen Dingen nicht mehr beschäftigen. Toll, oder? Ja oder nein zu sagen. Und das lange im Voraus. Ich weiß nicht, ob drei Wochen für dich zu viel sind. Sag einfach mal, ich lege mich jetzt fest. Jesus wird es mit dir einüben. Oder vielleicht einen anderen Punkt zum Üben. Eine Lebensregel sich stellen. Wann stehst du auf und wann gehst du schlafen? Ein spannendes Thema. So eine Regel. Wann will ich spätestens im Bett sein? Wie viele Stunden Schlaf will ich denn mindestens bekommen? Hast du das schon mal überlegt? Also hat mit Treue zu tun. Treue zu dir und Treue zu den Aufgaben, die du hast. Wie viel Stunden Schlaf willst du denn haben? Sieben Stunden ist eigentlich eine gute Zeit. Also viele Studien besagen, das ist die gute Zeit. Sieben Stunden solltest du haben. Weniger können wirklich nur wenige. Also man kann immer mit weniger schlafen. Aber das hat Auswirkungen für den Tag. Sieben Stunden ist eine gute Zeit. Hast du dir auch mal überlegt, wie viel du maximal schlafen willst? Auch eine spannende Frage. Acht Stunden sind eigentlich genug. In der Regel braucht niemand mehr als acht Stunden Schlaf, es sei denn, er ist ein Säugling. Eine Lebensregel einüben, das bringt dein Leben richtig vorwärts. Sei treu zu dir selbst und sei treu zu den Aufgaben, die du hast. Verantwortung übernehmen könnte so ein anderer Bereich sein. Eine kleine, eine unbedeutende Aufgabe übernehmen, bei der ich nicht gesehen werde. Im Haushalt zum Beispiel. Die Spülmaschine einräumen oder ausräumen. Müll aufheben. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Es ist jemand aus unserer Gemeinde. Wir waren irgendwo mal unterwegs und dann sammelt doch diese Person irgendwo auf einem fremden Gelände den Müll ein. Plastikmüll. Nimmt ihn mit. Das finde ich toll. Was macht schon so ein bisschen Plastik irgendwo? Ja, viel bisschen macht auch viel. Und die Treue heißt, ich mache das nicht, ich räume auf. Also Verantwortung übernehmen. Vielleicht in der Gemeinde, beim Stühle stellen, in der Technik, da brauchen wir dringend Leute. Also wenn jemand sagt, ich würde gerne dort was machen, ihr seid herzlich eingeladen. So an einer kleinen Stelle, die vielleicht niemand auffällt. Treue einüben, es übernehmen. Im Beten, im Spenden. Vielleicht hat Treue ganz viel heute zu tun im Umgang mit Medien. Der Umgang mit Medien ist eine echte Herausforderung. Die Entwicklung ist so schnell und wir kommen innerlich kaum hinterher, da vernünftige Lebensregeln zu finden. Ich lege das Handy weg, solange ich mit einem anderen rede. Es gibt Leute, die meinen, es ist ja schon gut, ich drehe es wenigstens mit dem Display nach unten und lege es auf den Tisch. Hilft überhaupt nichts. Der andere denkt immer, der hat sein Handy da, der ist nur halb bei mir. Leg es weg. Das heißt Treue in der Beziehung, in der Begegnung, die ich jetzt habe. Keine Videos in der Nacht. Boah, das wäre mal gut für dich. Vielleicht sagst du, abends ab 10 schaue ich nicht mehr auf dieses Ding. Es wäre Treue zu deinem Schlaf. Ich habe mein Handy neben meinem Bett auf dem Nachttisch liegen und stecke es dort in die Ladebuchse. So praktisch, da hat man es dann gleich am Morgen. Aber es ist so blöd, wenn ich da, ich habe für mich die Regel, ich stecke das ein und ich schaue nicht mehr drauf, was sind denn jetzt noch für Nachrichten gekommen. Denn wenn ich das Handy einstecke, lege ich mich ins Bett und will schlafen. Und dann gucke ich vorher noch Nachrichten an und die beschäftigen mich die Nacht durch. Ich bin doch dumm. So eine Lebensregel, Umgang mit Medien. Zu sagen, nein, ich nehme das Handy nicht mit und ich schaue mir diese Videos nicht an, weil die gehen mit mir. Ich schaue mir keine Pornos an, weil das beschäftigt mich, das prägt mein Denken und Fühlen. Umgang mit Medien hat sehr, sehr viel mit Treue zu tun. Und Gott will mit dir da unterwegs sein und das mit dir üben. Und ein letzter Punkt, falsch, ein vorletzter. Gottes Wort Vertrauen, auch darin Treue zu lernen. Gott sagt, du sollst nicht lügen. Eine Notlüge ist auch eine Lüge. Kannst du drum reden, wie du willst, es ist eine. Es ist gut, nicht zu lügen. Manchmal ist es hart und auf der Arbeit gibt es manche Situation, da ist es noch härter. Gottes Wort gilt und ich bin ihm treu. Das Thema Spenden. Kollekte ist rum, ich kann was zu sagen. Das Thema Spenden, das hat mit Treue zu tun. Gebe ich von dem, was Gott mir anvertraut, in Treue weiter für andere? Ich kann das üben, ich kann Beträge steigern, ich kann den Mut auch in diesem Bereich erhöhen. Den Sonntag heiligen. Wer sich am Montag erholen muss vom Wochenende, hat was falsch gemacht. Die Treue zu Gottes Wort. Es wird das Leben bereichern. Er sagt, es ist gut, den Sonntag zu heiligen und es fördert das Leben. Thema Mitarbeiten, aufeinander achten, es gibt so viele Dinge. Ich vertraue Gottes Wort, es ist gut und es ist richtig, selbst wenn ich manches nicht ganz verstehen kann. Und das Letzte. Zurücktreten, ohne gleichgültig zu werden. Das bezieht sich einmal auf das Alter, es bezieht sich aber auch auf andere Aufgaben, die ich übernehme. Verantwortung abgeben, ohne sie hinzuschmeißen, hat mit Treue zu tun. Manchmal ist ja gut, dass ich sagen, komm, alles weg, will ich nicht mehr. Treue heißt, ich übergebe es in treue Hände. Und ich arbeite dafür, dass die Dinge weitergehen, für die ich mich lange eingesetzt habe. Treue heißt auch hier, ich unterstütze das, was andere entscheiden. Ich trete zurück, ich habe nicht mehr mitentschieden, aber ich bin treu und stehe zu den anderen. Gemeindeleitung und Entscheidungen, Arbeitsgruppen und Entscheidungen. Treue heißt, ich stehe dazu, ich kann zurücktreten und vertraue, dass die anderen es gut machen. Ich stärke den anderen, die Entscheidungen treffen den Rücken. Auch das ist ein Teil der Treue. Ich finde es spannend, mit diesem Thema unterwegs zu sein. Die Frucht, die Gott in uns bewirkt. Und es ist so viel mehr als gute Eigenschaften. Es ist so ein völlig anderes Denken und Leben. Und das unterscheidet uns. Und das gibt uns Qualität gegenüber all denen, die nicht an Gott glauben. Und ich wünsche mir das für mich, dass diese Frucht in mir noch viel mehr wächst. Und ich wünsche es mir für uns als Gemeinde, dass wir auf diese Frucht immer mehr bauen. Ab heute kannst du den Satz streichen, Treue, du bringst mir Pech. Ab heute kannst du sagen, Treue, das ist mein Glück. Die Frucht des Geistes, das ist das Glück für mich und für alle, die mit mir zu tun haben. Amen.